Hallo und herzlich hoch. Erstmal Mikro richten. Ja, herzlich willkommen zurück zu Limbo. Ja, und wir waren ja hier in letzter Folge. Haben ein bisschen gehangen. Die Folge ist auch diesmal nicht allzu lang geworden. So, und wie kriegen wir das jetzt hier rüber? Schieben können wir es nicht, ne? Ne, wir können das nicht. Aber die müsste ja dann eigentlich rüberrutschen, eigentlich. So. Bitte erschieß mich nicht. Okay, die erschießt uns nicht. Ach so, das hat mit der... Alter. Dann müssen wir die dann abholen. So. Äh, und Abmarsch nach oben. Hier betätigen wir mal. So, hallo. Kletter mal drüber. Dankeschön. So. Dann positioniere ich die... Wo hält er denn an? Hier so ungefähr. Ja, hier würde gehen. Vielleicht ein Stück nach da. Das geht so eigentlich. Obwohl... Warte mal, jetzt muss ich erst mal gucken. Wenn das dort oben ist. Dann muss ich aber warten. Bis ich das dann habe. Warte, da gucke ich mal. Hier so. Ne. Das fällt ja dann runter. Ich würde sagen, hier so. Weil die Kiste fällt ja dann runter. Weil das Teil bewegt sich ja und dann schiebt er das mit runter. Und dann, äh, ja. Kann man wirklich nicht weiter. Das ist sozusagen wie so ein Timing runter. Also, wer sich die, die, äh, das Rätsel mit dieser Schwerkraft erfunden hat. Bei Played. Hat das Play? Ne, ich taufe das heißt, äh, Played. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ne, das ist zu weit. So, kroll nochmal raus. So. Hier so ungefähr. So. Da muss ich warten. Ja! So, wunderbar. So, und jetzt sind wir hier unten. Ging doch schnell jetzt. So, und wo sind wir jetzt? Was ist das? Oh, nein. Was haben wir hier? Magneten. Oh, nee. Wieder so etwas. Ach. Sonst, ich mach den Magneten mal aus. Ich hab so das Gefühl, dass es dann oben hängt. Oder? Ja, der Teil ist mit dort oben verbunden. Deswegen lass ich das Teil erstmal runter. Und dann mach ich das Teil wieder an. Ich lass die erstmal runter. Weil sonst, äh, kann es anders wie dort oben hängen oder sowas. Keine Ahnung. So, dann mach ich das an. So. Mal gucken. Ja! Funktioniert's. Oh. Na gut, das war jetzt nicht wirklich allzu schwer. Das war logisch. So, was haben wir hier wieder? Ah. Was haben wir hier? Ah ja, ach so. Ja, ja. Oh, da kommt etwas. Seil. Ah, okay. Da sind wir nicht schnell genug. Warte. Dann mach ich das noch, während das an... ...hochkommt. Jetzt zum Beispiel. Dann... Nein, das war zu zeitig. Das war zu spät. Scheiße, nein! Rein, runter! Na gut. Ist nicht schlimm. Hatten wir nicht mehr gekriegt. Hatten wir nicht mehr gekriegt. Oh, wir sind tot. Hä? Wir sind schon wieder tot. Verstehe ich nicht. Zeig mal, was der Timer sagt. Okay, wir haben ein bisschen Zeit, haben wir noch. Hä? Aber das war ein Seil. Das war ein Seil. Das hab ich gesehen. Aber wie wir das kriegen... ...bleibt ein Rätsel. Das kriegt man ne... Der macht nur draußen hier zum 23 Uhr noch laut Musik. Ich fresse Basen. Nöp. Was ist denn das? Lass los, Junge! Äh... Äh... Okay. Nein! Okay. Warum sterben wir denn gleich? Warum machst du das? Nein! Wir haben es doch fast gehabt, du Junge! Scheiß Junge! Aber warum ist der Checkpoint dort unten? Oh Gott! Nope! Scheiß Gravitation! Nein! Warum stirbt man da gleich? Ich brech mir doch nicht gleich die Beine! Ich komm dort mal dran! Okay, mit der Wucht, die man dort aufprallt, kann sein, dass man da sich die Beine bricht, aber doch nicht stirbt. Du Kack Junge! Warum springst du, Alter? Selbst ich kann höher springen als du! So, warte. Warten. Scheiße! Ach, ist wunderbar! Man hat mir schon öfters gesagt, ich hab ein schlechtes Timing. So. Ich hab doch dann nach ein Seil gepackt! Du Honk! Ich hoffe, am Ende wird uns angezeigt, wie oft wir mal totgegangen sind. Ich hab das ganz... Ach jee! Jaaah! Nein! Alter! Ich krieg die Krise bei diesem Spiel. Warum machst du das? Du Kackkind, du kannst gar nichts. Wie oft ich mich schon hier aufgeregt habe, das ist nicht mehr normal. Jetzt wartet du, du Honk. Ich habe langsam nicht mehr den Nerv auf dieses Spiel. Ich gehe hier einfach zu oft tot. Da spiele ich... Oh, ich muss mal mein Mikro richten. So, ich habe langsam echt nicht mehr die Nerven für dieses Spiel. Das ist... Das entwickelt sich gerade wie Gardenscape. Nee, das geht nicht. Oh Gott. Ii, der wackelt dann noch so. Ii, der zittert dann noch. Warte, ich muss noch ein bisschen warten. Lauf! Warum läufst du denn nicht? Du hast es verdient, den Tod. Du hast den Tod verdient. Alter, wir sind in die letzten zwei Folgen. Wir sind nicht richtig weitergekommen. Ich fress ein Besen. Jetzt komm! Warum tust du das? Du hast es verdient, den Tod. So, und weiter. Dort drunter. Dort drunter. Ich mag schon gar nichts mehr sagen. Das ist eine, äh, Sterbefolge heute. Nee, warte mal. Ich hab schon ne Idee. Ich hab schon ne Idee. Ich habe keine Idee. Nun gut. Aber die Folge ist jetzt eh zum Glück zu Ende. Und ich mach jetzt verdammt nochmal ne Pause. Äh, ich kann heute nicht mehr spielen. Es ist schon der neue Tag. Und ich, ich will nicht mehr. Ich mach hier Schluss. Äh, ne? Okay. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Limbo. Und, ähm, ja. Ich lege mich jetzt erst mal schlafen. Gute Nacht. Tschüss.